Hallo und herzlich willkommen wieder erneut hier zurück zum nächsten Part mit Alex. So, ich hab da mal noch ein Gebäude markiert, bei dem ich mir nicht sicher war, ob wir das uns bereits angeschaut hatten oder nicht. Etwas eben im Süden, wobei, mal an dem Turm, da sind wir runtergekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ist da eine Brücke? Ja, da ist eine Brücke. Gut, da sind wir runtergekommen. War das also doch schon mal bei uns auf dem Plan gewesen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Bereich an, gehen hier mal das noch ab. Ich bin ja einmal komplett hier rüber gelaufen zum Firmengelände, denn glaube ich haben wir den Teil nicht gehabt. Den müssen wir sich noch anschauen. Und dann laufen wir später einmal von hier oben runter, schauen uns hier oben an der Klippenspitze das Ganze mal an. Und dann hier unten das. Und dann fehlt nur noch der Part hier. Sowie Stücke des Weges hier oben hoch zum Converter von Ignadon. Den werden wir dann auch mal ausschalten. Und dann habe ich vor, noch die letzte Quest hier mit den Raketenbohnen zu absolvieren. Die einzige, die wir sonst noch hätten, wäre das Töten von Conrad. Wobei ich mir da immer noch unsicher bin, ob ich das machen möchte oder nicht. Und das nächste wäre dann von den Hauptmissionen her, mich mal endlich einer Fraktion anzuschließen. Aber ich glaube, ich werde dann trotz alledem einfach mal gucken, wie weit ich hier in den eisigen Norden reinmarschieren kann. Und wenn ich hier auch noch die beiden Converter platt machen kann. Warum nicht? Mal gucken. So, lange Rede kurzer Sinn, die laufen mal. Hier fehlen ja noch jede Menge Kartenfragmente. Ich hoffe, die finden wir jetzt noch. Ich bezweifle irgendwie, dass ich alle am Schluss habe. Dann werde ich mal gucken müssen, welche noch fehlen. Und wo die überhaupt abgeblieben sind. Lässt meinen Argus-Augen doch einiges an Objekten entschwunden. Vielleicht finden wir ja aber wenigstens heraus, wo das X einen hinführt. Dann kann man den Ort nämlich auch mal noch suchen. Hier hätten wir zum Beispiel die Kürze schon mal wieder. Nein, 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 nein. Ach, Mist. Ach ja, dieses Jetpack. Ein Upgrade dafür, sich zu erspielen, das wäre natürlich auch noch sehr, sehr interessant gewesen. Weil das Ding manchmal doch ein bisschen, ja, einen zu kurzen Schub hat. So, in Richtung des Berges unten drunter irgendwie, zur Festung. Scheint es auch nichts Tolles zu geben. Ja. Dann wird auch so leicht hier ein wenig angekokelt. Wäre cool, wenn wir irgendwie in den Vulkan gehen könnten. Ausgeschlossen jetzt das. Also sowieso da rein können wegen dem Shuttle, was dort jetzt existiert. Was vermute ich auch noch eine drangende Rolle spielen wird. Vielleicht kann man mit dem Shuttle nämlich noch den Planeten verlassen. Oder eine Kopierung helfen, den Planeten zu verlassen. Das war eine schöne Quest damals in Fallout. In Fallout, in New Vegas, mit der Orbitalstation. Nein, keine Ahnung, wo das nochmal genau war. Aber den Gulen dazu helfen, Richtung Sonde zu düsen. Und wieder das aufgegriffene mit dem Hufus in Fallout 4. Bei dem wir dann die Leute einfach mal an ein, ja, Karussell quasi angepinnt haben. Ich denke zumindest, dass es ein Karussell gewesen sein sollte. Dass es permanent dreht und durch die Fliehkraft einfach mal alle zermetzelt haben. Auch ganz nett. Also ich, mir tut es im Herz nicht mal wirklich weh, dass ich Ignalor nicht besonders, äh, in Anführungszeichen gründlich absuche. Hier gibt es ja einfach wirklich fast gar nichts. Dort, wo Monster sind, kann man immer noch ein bisschen vermuten, dass zumindest irgendein Gegenstand verborgen liegt. Aber, naja, ich werde hier eben immer ein aufs andere Mal enttäuscht dabei. Und da meldet sich natürlich das Handy, was man mal wieder nicht ausgeschaltet hat. Rätig. Das Ding folgt mir jetzt die ganze Zeit. Ja. Dann muss ich es leider gefährden. Oder ich. Mann, sind die Schimieren stark. Wieder auch langsam Zeit, dass ich endlich eine Rüstung kriege. Das ist ja nimmerfeierlich. Äh, so. Dann schauen wir mal gerade eben. Okay, ich bin jetzt weiter gerannt, als ich ursprünglich vorhatte. Dann rennen wir gerade einmal hier hoch. Dann geht es auf jeden Fall auch mal noch komplett nach unten. Da könnte sich auf jeden Fall was verstecken. Jetzt sieht er auf den Laster aus. Goldbrocken, Stäfebrocken, Elixit. Einen ganzen Gramm brauchen wir da gerne mal. Ich bin überfüllt damit. 142 vollständig Heilungstränke. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich die andere verwenden soll. So, bei dem rumgekippten hier ist auch nichts. Vielleicht da in der aufgeplatzten Kuppel noch. Nö. Computer sagt nein. In Richtung des Rohres. Da kann man ja nicht komplett rein. Könnte aber mal wieder was liegen. Ah, wahrscheinlich nur Altmetall. Und, 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 und. Ah, zumindest mal noch eine litrischende Wasserflasche. Aber auch nichts möglich. Weltbewegendes. Schade. Steine. Steine regieren die Welt. Und ich habe einfach immer noch nicht alle gewohnt. Vermute mal, dass es exakt genug Steine überall platziert zu finden gibt. Und, dass man sich einen großen Stein herstellen kann. Was ich schon ein bisschen blöd finde. Weil die Steine an für sich ja cool waren. Und klingen. So, gehen wir einmal hier runter. Was befindet sich denn da hinten beim Wasserfall? Über Schwefebrocken, Schwefebrocken. Wer es braucht. Hinterm Wasserfall befindet sich auch mal wieder nichts. Dann können wir wieder unrichtete Dinge haben. Ah, absehen. Nicht in die Lava. Oh, Moment. Da hinten ist eine Kiste. Auf dem Vorsprung. Aber ich sehe dort. Luft. Ja, Mann. Lass dir mal die Nase operieren. So, da vorne ist das Lager der ehemaligen Manditengesellschaft. Dann. Gehen wir zur großen Anlage. Was hier produziert wurde. Wüsste ich jetzt allerdings echt mal gerne. Hallo, Mann! Also ich habe bis jetzt ja auch nur einen einzigen Laster mal gefunden mit einer Ziffer hängen lassen auf dem Hänger, falls es mir bis jetzt immer noch keiner geschrieben hat oder ich es nicht mitgekriegt habe oder vielleicht sogar schon wieder vergessen habe, was hat es denn damit auf sich? Ich bin über jegliche Hilfsinformationen krank. Man glaubt das kaum. Es geht los. Ich bin immer wieder traurig, wenn ich mich selbst umhau. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Wie ist das denn hier? Dann ist es auf der Seite denn so verdeckt. Erstmal das vorgebeute Blumen dann gehen. Memo an die Wachsoldaten. Apropos wir haben noch eines zu lesen. Können wir auch mal durchgehen. Ein Foto. Einen Kaffee trinken. Anleitung für den Tierfreund. Und hier müssen wir einen Biest töten. Oder sowas. Ich habe keine Wühle. Wut. Sie hatten getötet. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn da eigentlich noch alles? Ähm. Ein Arbeitsbericht. Die Mission. 15, 05, 016. So einer Basis erfolgreich. Vor kurzem hat hier noch jemand gelebt. Kein Lebenszeichen. Zwei waren für die erste Schicht eingeteilt. Angriff einiger Beserger in der Nacht. Verfolgung der Angreifer. Rückzug. Ihre Kampfkraft unterschätzt. Verluste von zwei Soldaten. Zu hohes Risiko. Ah, die haben wir getroffen gehabt. Neuer Plan gegen Angriff in der Nacht. Leise Eliminierung der Wachen. Keine überlebenden. Mission wieder aufgenommen. Wäre da nicht noch ein... Mh, nee. Wir hätten auch eigentlich einen Alptbericht gehabt. Tagebuch eines Einsilders. Mein Leben. Dieser Ausblick ist wirklich spektakulär. Ganz ab besser breitet sich vor meinen Augen aus. Hier oben könnte man meinen, dass diese Welt so friedlich ist, wie man es von der Alten behauptet. Was gehen mich die Fraktionen an? Sie haben noch nie etwas für mich getan. Jetzt heißt es, nur ich und meine Bücher. Alps. Kein Zweifel. Waschechte Alps. Zum Glück habe ich sie zufällig in der Ferne entdeckt. Jetzt sitze ich hier in den alten Rohren fest. Bei Nacht haue ich ab. Schade um mein ganzes Zeug. Wurde von den Berserkern hier in einer kleinen Hütte aufgenommen. Habe nichts dagegen, werde aber bald weiterziehen. Sie sind völlig verrückt geworden. Wollen die Alps angreifen. Niemand greift einfach die Alps an. Ich habe noch nie so viel Angst gehabt. Da ist es noch nie so erstaunliche Krieger gesehen. Die Bersager haben den Alps doch glatt die Stirn gebunden. Zwei von ihnen haben sie erledigt und dann haben sich die Alps zurückgezogen. Sie haben die weißen Magier in die Flucht geschlagen. Ja, und eben zufolge, das andere Buch hat dann die Alps Seite gezeigt von diesem Kampf. Okay, ich werde gerade zugespampt. Und weiter geht's. Heute kam mir eine tolle Idee. Ich lasse von meinen Jungs ein paar Zettel in der Gegend verstreuen, um ein paar ahnungslose Droddel anzulocken. Sobald sie da sind, lassen wir die Maske fallen und rupfen sie bis auf die Knochen. Entsendungsbefehl. Heilige Schreine. Unsere Brüder und Schwester arbeiten hart und ihr müsst sie unterstützen. Viel von Kalan Schreinen sind immer wieder beschädigt. Sie dient dazu, Kraft im Gebiet zu finden. Dafür müssen sie aber im besten Zustand sein. Eure Aufgabe ist, alle Schreine zu begutachten und wenn nötig, in Stand zu halten oder zu setzen. Kalan Schreine abzuklappern, weil eine Quest, die mir mal sagt, wo alle Schreine sind, haben wir nicht. Oder es ist ein versteckter Zusatz. Inventorbericht. Liste, Werkzeuge, kompletter Satz, Altmetall, Elektroschot, Stoff, Stoffbahn, Nutzpflanzen, Papier, Diverses. BS, ich wusste es. Macht sich bezahlt, hier seine Warnung, den Mann zu bringen. Die Klärger in Egnadon haben mich für verrückt erklärt, aber es drohte keine Gefahr. Die Machen sind dick und die Menschen freundlich. Was soll da schon passieren? Ist klar. Kurzer Missionsbericht. Von einem einen Kleriker. Kleriker an Lage Richtung Südosten entdeckt. Auftrag zur Eliminierung erteilt. Lagebericht der Zentralen. Relaisstation überfällt. Kommunikation nicht möglich. Probleme liegen. Ist bei uns. Memo an die Wachposten. Neue Befehle mit sofortiger Wirkung treten folgende Befehle in Kraft. Erstens, ab heute wird diese Basis Fort Vulcan genannt. Niemand ohne Götige und vom Commander persönliche unterschriebene Genehmigungen darf Fort Vulcan mehr verlassen oder betreten. Drittens wird festgestellt, dass ein Individuum wissenschaftliche Expertise zeigt, dass diese sofort zum Commander zu bringen. Viertens, es ist dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter der Fabrik in ihren Büroräumen verbleiben. Tagsüber ist es ihnen gestattet, für drei Stunden und unter Aufsicht hinaus zu gehen. Fünftens, da Unbedenklichkeit des Umgebungswassers unklar ist, ist jedes Wasser vor dem Trinken abzukochen. 5.1, obiges gilt ebenfalls für sämtliche Namen. Raudurs Notiz. Nicht vergessen. Es war gut, unsere Vorräte von unseren alten Freunden und anderen Langfingen abzusichern. Leider habe ich abermals die Codes vergessen, um an unsere Vorräte zu kommen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, mir die Verantwortung dafür zu übertragen. Zwei Tage haben wir gehungert, obwohl die Lebensmittel nur eine Abendslänge entfernt lag. Ich musste extra einen Typen anholen, der uns die Dinger knackt. Den Zugriff und die neuen Codes waren mir die Sache aber wert, denn ich sterbe lieber mit einem vollen Magen, als langsam dahin zu siechen. Zur Erinnerung. Welcher Code zu welcher einer gehört, habe ich zwar wieder vergessen, aber so viel Auswahl gibt es ja nicht. PS, diese Notiz ist nur für mich bestimmt, wenn du also nicht meinen Namen trägst und für ihn bezahlt hast. Bist du entweder ein Dreister Lieb und hast mich auf zu dem Gewissen? In jedem Fall möge dir der Arsch auf Grund es gehen. Das ist, glaube ich, der nette Kerl. Also der nur nette Kerl. Wenn mir deine Visage nochmal unterkommt. Hier hast du den Scheiß zurück, den ich dir abgekauft habe. Du stehst jetzt bei mir für meine Krustigkeit in der Kreide. Wage es ja nicht noch einmal mit wertlosen Mist anzukommen. Der Müllbeerung. Werbebroschüre. Auf geht's. Günstiger Rahmen für wenig Splitter. Folge der Karte zu deinem Glück. Zurückgelassen Nachricht. Achtung. Diese Nachricht ist für alle, die den Außenposten der Kläger suchen. Wir lassen sie hier zurück, da unser Funk momentan nicht reibungslos verläuft. Aufgrund der andauernden Gefahr durch plündernde Banditen in dieser Gegend haben wir uns auf die Südseite oberhalb des Dammes zurückgezogen. Sucht uns dort. Gezeichnet iPad PS. Wer hat sich eigentlich gedacht, dass es eine gute Idee wäre, ausgerechnet bei dieser Mission unterhalb des Dammes Positions beziehen. Foto Nummer 3. Foto Nummer 4. Foto Nummer 17. Oh, da fehlen auch noch ein paar. Ganschuk Nummer 9. Ganschuk Nummer 11. Aha. Da folgen zumindest ein paar Pfade. Verwidertes Bild. Das ist die Wüste. Ich glaube, das haben wir sogar. So. Dann wollen wir weiter schleichen. Erstmal an den Geschützen vorbei. Wir haben ein kleines Lager auftrapiert. Wenig Elixit. Wenig Monstermutanten. Mamma mia. Die wird hier ganz schön stark, unsere Kaya. Ob der Damage skaliert mit unserem aktuellen Level? Das wäre zumindest hilfreich. So. Dann machen wir erstmal die Wüste da vorne weg, bevor sie uns irgendwann ins Kreuz hineinrennen. Ich bin da. So. So. Weg nach unten ist gesichert. Ach Gott. Immer diese Magnesium-Fakten. Den haben wir so unglaublich viele. Ich glaube, ich habe es auch mindestens schon über 300 verkauft. Denn an dem Spiel echt nachgeschmissen. Ne. Ich mir überlege, dass alles hier per Hand platziert wurde. Das ist ja kein Random Generation. Okay. Das nenne ich ein bisschen Arbeit. Berichte des Geschäftsführers Nr. 1. Experimentelle geothermische Energiegewinnung. Wir haben heute um 0800 mit den ersten Bohrungen. Ich schreibe diesen Bericht um 1800. Einige der Bohrkörper sind geschmolzen. Die Ingenieure haben gesagt, dass es an der Mischung aus Friktionswärme und natürlich der Wärme des Vulkans gelegen haben muss. So. Gegen 14 Uhr waren wir tief genug, um ausreichend Wärme nach oben befördern zu können, um zu sehen, ob alles funktioniert. Die Tests waren erfolgreich. Wir beginnen nächsten Monat mit den großen Bohrungen. Die jetzt beständige Sicherheitsschleuse ist bereits eingebaut worden. Nur für den Fall, dass etwas schief geht. Bericht des Geschäftsführers Nr. 2. Nahter Katastrophe, meine Damen und Herren. Wie Sie wissen, hat der Meteorit unserer Fabrik schwer getroffen. Auch wenn ich nicht weiß, ob Sie noch am Leben sind, werde ich Ihnen weiterhin versuchen, Ihnen diese Berichte zukommen zu lassen. Immerhin gehört auch Ihnen ein Teil dieser Fabrik. Das Militär oder das, was davon übrig ist, kam heute zu uns und hat uns gebeten, Ihnen unsere Anlage zu überlassen. Sie beginnen bereits damit, überall Sandsecke aufzusteigen. Ich gebe ehrlich zu, ich habe Angst. Ich gucke mal, ob ich vielleicht den Bericht Nr. 3 noch finde. Obwohl wir es chronologisch lesen können. Da drüben vielleicht. Nein. Da links war ein Büro. Da hier unten vielleicht. Noch nichts hingeflattert. Links, rechts, geradeaus. Du kommst hier nicht mehr raus. Ganz oben vielleicht. Das ist auch wieder nur Dach, keine Büroräumlichkeiten. Da stand da hier unten drin. Ah. Nr. 3. So. Notiz an mich. Falls es jemals wieder so etwas wie eine Regierung geben wird, werde ich mich beschweren. Sie lassen uns nicht mehr gehen. Sie haben alle Wissenschaftler eingesperrt und lassen sie forschen. Ich habe keine Ahnung an was. Ich kann nichts mehr für die Wissenschaftler tun. Mir wurde jegliche Befehlsgewalt entzogen. Es scheint, als sei irgendwer zusammen mit den Meteoriten auf der Erde gekommen. Denn sie holen immer wieder Gesteinsbruchstücke und bringen sie in den Berg. Ich würde zu gern wissen, was sie dort treiben. Bericht Nr. 4. Vorkommnisse. Heute habe ich gesehen, wie sie einige Leichen aus dem Berg gebracht haben. Als sie mit dem Dragen an mir vorbeikamen, ist unter einem der Laken ein Arm herausgerutscht. Er war voller Blasen und mehr als dreimal geknickt. Als hätte er mehrere Gelenke. Abscheulich. Ich werde nicht länger hierbleiben. Ich glaube, sie führen Experimente an Menschen durch. Sie holen immer mehr von diesem Meteoritengestein und bringen es zu den Wissenschaftlern. Vielleicht Aliens? Vielleicht radioaktive Strahlung? Irgendwas bringt die Leute da drinnen um. Ich werde nicht mehr länger hierbleiben. Das ist mein letzter Bericht. Heute Nacht werde ich versuchen zu fliehen. Das wird nicht einfach bei den ganzen Wortenposten hier. Aber ich habe das Gefühl, dass ich sterben werde, wenn ich noch länger hierbleibe. Oder schlimmer ist. Dann haben die Mutationen damals begonnen. Aber das Militär hat sich hier durchaus schnieg eingerichtet. Warum auch immer der Posten jetzt wieder verlassen ist. Und eigentlich würde ich behaupten, dass das hier mitunter eigentlich ganz gut zu verteidigen. Die Mutanten, man hat es ja gesehen. Haben wir zumindest einen Teil davon für sich beansprucht mittlerweile. Ist aber nicht, dass es der Hauptgrund ist dafür, dass es damals aufgegeben wurde. Und da es immer heißt, die Leute zum Berg, gehe ich davon aus, dass dort hinten noch eine Möglichkeit besteht, hinein zu gelangen. Vielleicht erklärt sich die ganze Situation dann dort drinnen. Zuerst gehen wir hier außen die Gefilde mal durch. Jetzt einfach nur weit nach unten. Dann geht es wieder raus. Auch nichts wesentlich Wichtiges. Okay. Dann mal eine Funktion wieder höher zum Fließband. Und dann geht es wieder raus. Ich frage mich, was die hier befördert haben. In den ganzen Bländern. Wie sieht es hier unten aus? Da kann man rein. Nein, kann man nicht. Mist. Okay, dann gab es da nichts zu wollen. Wie sieht es dann hier drin aus? Oder hier oben drauf, besser gesagt, erstmal noch. Da ist noch ein bisschen Metallschrott. Und Magnesium fackeln. Und Mass. Das ist ein bisschen Bussus. Ja. Oh. 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 Ja, da müssen wir echt aufpassen, wie man sich positioniert. So, nehmen wir mal den Tresor. Das wäre kleiner, größer, kleiner, kleiner. Ähm, dann die 1530. Null war richtig, die 1 am falschen Platz und die 3 auch. Dann ist es 371. Jawohl, einen kleinen Dämpfstein mal wieder. Hm, keinerlei Informationen, schade. Hat er auf einen Memo kauft. . . . . . . . Ich geh mal von unten noch in das Zelt rein. Ein Lagerzelt. Anscheinend waren Alps hier. Neue Befehle für die Förderung. Blue. Wir geben dem Meteoritengestein jetzt einen Decknamen, denn es reicht mir dauernd von dem Zeug reden zu müssen. Deckname Blue. Der Commander sagt, wir fördern zu wenig Blue und wir sollen so viele Männer und Maschinen nehmen, wie wir brauchen. Das Problem ist wohl, dass es kaum noch Blue in den Überresten gibt. Das Zeug scheint zu wandern. Es sickert quasi durch das Gestein in den Boden. Inzwischen ist es wohl schon fast überall drin. Wir dürfen nicht mal mehr einen Apfel essen, ohne diesen Feuer abzukochen. Was für ein Quatsch. Wenn es sowieso überall drin ist, macht es doch auch keinen Unterschied mehr, oder? Wie dem auch sei. Ich habe den Fehl mehr zu fördern. Kostet es, was es wolle. Die Wissenschaftler im Berg brauchen anscheinend extreme Mengen davon. Also nehmt die Lastwagen, nehmt die Panzer, wenn es sein muss. Von mir aus sprengt das Zeug. Jetzt habe ich es doch gesagt. Mit den Panzern aus dem Berg heraus. Munition haben wir mehr als genug. Wir sehen uns später beim ersten Erzählen mir, wie es gelaufen ist. Also sie haben wirklich exzessiv das Alex gesammelt. Es deckt sich mit den Unterlagen des Klerikers teilweise, beziehungsweise ich habe hier irgendwie eher die Vermutung. Es handelt sich um die Entstehungswege der Alps. Also ich würde mir der Vermutung nicht falsch schlägen. Könnte. Gleich sind es auch nur die Kleriker. Und sich dann später hinaus in den... Ja. Das Kapuft da hinten zurückgezogen haben. Es wäre halt nur möglich, meiner Meinung nach, aufgrund der Tatsache, dass sie ja auch die Alps irgendwo angefangen haben müssen, mit dem Alex zu experimentieren, um es dann zu konsumieren, aufzubereiten und dergleichen. Sie wären ja auch niemals dazu in der Lage gewesen, das Zeug zu nehmen. Sie checkt es, dass da hinten noch was liegt. Yep. Und kehrt wieder Marsch. Also die Anlage hier ist mal wirklich extrem schlässig. Wollen wir in den Turm da oben reinkommen? Ja, zumindest drauf kommen wir. Ein ominöser Zettel. Oh, den haben wir schon lange mal gefunden. Hm. Unser Kollege war hier. Die Frage, gibt es da hinten noch was? Hm. Hier zumindest mal nicht. Oh, Tresor. Und da hätten wir kleiner, größer, kleiner, kleiner, äh, ne, größer. Und dann kommt die Vier dahin, dann machen wir dann mal die Sechs, die Eins. Die Vier und Eins hat gestimmt. Und dann ist das, äh, nennen wir mal die Acht. Nein, die Acht hast du nicht. Geh doch. Was das, äh, nennen wir mal die Achtung. Was das früher wohl mal war. I don't care. Auf jeden Fall. Ist da hinten der Zugang stark verschlossen. Legen wir uns erstmal in den Mops. Und Änderungsbereich gesichert. Gut, so halber. Da vorne liegt noch ein paar Minen. Gut, ich würde sagen, heben wir mal Cut. Und, äh, heben uns dort hinten den verschlossenen Berg für den nächsten Part auf. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Sayonara. Sayonara. Sayonara.